Ja, hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Markus Traupe aus Hildesheim. Nominiert für die Challenge hat mich mein Kollege Marco Kunanz, da freue ich mich auch sehr drüber. Danke Marco, ich nehme natürlich gerne an der Challenge teil und versuche jetzt mal mit dem Kehrgerät in diesen Korb zu treffen. Ja, ich habe da eigentlich schon länger nicht mehr mitgearbeitet, aber ich denke mal, das ist zu schaffen. Ja, super, ins Glück getroffen würde ich sagen, da bleibt mir nur noch zwei weitere Kollegen zu nominieren. Ich nominiere den Kollegen Nils Vespermann und den Kollegen Jan Schürr, in der Hoffnung, dass viele Spenden zusammenkommen. Alles Gute!